Herzlich Willkommen zu Ladies First, dem Kunstvermittlungspodcast zur gleichnamigen Ausstellung der Neuen Galerie Graz. Gemeinsam mit Frauen aus unterschiedlichen Sparten sprechen wir über verdrängte und vergessene steirische Künstlerinnen der Jahre 1850 bis 1950. Ausgangspunkt bilden dabei individuell ausgewählte Werke der Ausstellung, die aus persönlicher Sicht reflektiert werden und Fragen nach einem männlich geprägten Kunstsystem sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen damals und heute aufwerfen. Hallo, mein Name ist Monika Holzer-Kernbichler. Ich bin Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin an der Neuen Galerie Graz und spreche heute mit Anita Niegelhell, Kulturanthropologin und Kulturvermittlerin am Universalmuseum Joanneum in Graz, wo sie in ihrer Leitungsfunktion in sehr viele Projekte involviert ist. Wichtig ist, wie sie mir mal geschrieben hat, die Reflexivität in allen Lebenslagen, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Herzlich Willkommen Anita, danke, dass du dich für uns bereit erklärt hast zu diesem Gespräch. Ja, herzlichen Dank, liebe Monika, für die Einladung. Du hast dir ein ganz besonderes Foto ausgesucht und dieses Foto zeigt die Mutter der Künstlerin Grete Paunowitsch-Zaharastrik und ist aus den 1930er Jahren. Vielleicht magst du zu Beginn, bevor wir in das Thema einsteigen, das du dir überlegt hast, beschreiben und auch erzählen, warum du dir genau dieses Foto ausgesucht hast. Ja, das kann ich gerne tun, weil das war sozusagen ein bisschen meine letzte Rettung, als wir gemeinsam uns die Ausstellung angeschaut haben. Die übrigens ganz wunderbar ist und die wirklich nur empfehlen kann, sich anzuschauen, wenn es wieder möglich sein wird. Viele wunderbare, tolle Bilder und ich dachte immer, ich kann zu keinem länger als zwei Minuten sprechen. Und dann waren wir schon sehr am Ende der Ausstellung und dann endlich, da war dieses Bild und dann war irgendwie klar, das spricht mich an, da gibt es Themen, die mich interessieren, da affiziert mich irgendetwas, ich weiß noch nicht was. Da war klar, auf dieses Bild kann ich mich einlassen, da gibt es irgendwas, was mich interessiert und ich denke, das ist ja überhaupt so ein Prinzip der Kulturanthropologie, aber auch der Kulturvermittlung, dass man dort hingeht, wo Interesse ist. Weil nur dort, glaube ich, kann man, ja, da mag man dann auch weiterforschen, weiter nachdenken. Was sehen wir auf dem Bild? Ja, was sehen wir auf dem Bild? Wir sehen eine Frau, da möchte ich aber noch einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, dass es wichtig ist für die Hörer und Hörerinnen eben, dass wir beschreiben, was da zu sehen ist. Erstens, weil sie es nicht sehen. Zweitens aber vor allem auch, weil sie ja nicht sehen, was ich sehe. Weil ich denke, man schaut immer mit einem sehr speziellen Blick, mit dem eigenen Blick, in den, ja, das eigene Wissen, die eigenen Erfahrungen, die eigene Lebensgeschichte hineinfließen. Und deshalb versuche ich jetzt, dieses Bild, dieses Foto zu beschreiben. Wir sehen eine alte Frau und an der Stelle kann ich es wagen, alte Frau zu sagen, denn das ist ja was, was man heute vielleicht so gemeinhin sich nicht mehr ganz einfach wagt zu sagen. Das ist eine alte Frau, aber dazu später. Ja, wir sehen eine Frau, wie sie da sitzt, an einem Tisch, im Hintergrund ein Fenster. Ich vermute, es ist Herbst, weil eine Balkonblume steht am Fenster innen. Da ist so durchscheinender Vorhang und wir sehen diese Frau. Und sie sitzt da, sie blickt auf den Tisch. Man sieht nicht, was am Tisch ist, aber ich vermute, sie liest. Sie trägt eine Brille. Das war so in meiner Kindheit der Hinweis aufs Lesen. Also die Menschen, wenn sie sich am Abend, in dem Fall dieses Nachmittag, hinsetzen wollten, um zu lesen, brauchten sie eine Brille. Tagsüber, für ihr Tagwerk, brauchten sie diese meistens nicht. Die alte Frau ist die Mutter der Künstlerin, die Grete Baunowitsch-Zaharastnik, war eine Fotografin, die auf ein sehr abwechslungsreiches Leben zurückblicken konnte. Sie war Fotografin, gelernte Fotografin, hat sehr viele künstlerische Fotografien auch angefertigt. Leider sind wenige davon erhalten. Man weiß, dass sie sehr produktiv war aus Erzählungen. Aber es ist im Zweiten Weltkrieg ihr Atelier zerbombt worden, wo sehr viel vernichtet worden ist. Und ihr Nachlass wurde nach ihrem Tod dann leider auch entsorgt. Das heißt, es ist wenig von diesem künstlerischen Werk übrig geblieben. Aber sie ist vielleicht gut in Erinnerung geblieben, weil sie ein sehr bekanntes Fotostudio und Fotogeschäft in Graz betrieben hat. Ab den 1950er Jahren dann in ihrer Verantwortung. Das war Fotobaldur am Tummelplatz. Da kann ich mich auch noch gut erinnern an dieses Geschäft. Sie ist allerdings in dem Jahr in Pension gegangen, als ich auf die Welt gekommen bin. Also in ihrem Geschäft habe ich sie nicht mehr gesehen. Das war 1972. Und in ihrer Jugend, also geboren ist sie 1910 und überliefert ist, dass sie sehr, sehr viele Geschwister hatte. Also die Mutter eine ist, die sehr viel zu tun hatte, familiär gesehen. Also diese Frau, die wir auf dem Foto sehen. Und während der Hungersnot des Ersten Weltkrieges, diese Familie sehr betroffen war von Armut, weshalb die Grete nach Spanien geschickt wurde zu einer Ziehfamilie, wo sie ein Jahr geblieben ist, um sozusagen diesem Hunger auch zu entkommen und bessere Zeit zu verbringen. Diese Zeit in Spanien hat sie vielleicht nachhaltig geprägt. Sie hat eine sehr glückliche Erinnerung an dieses Jahr und ist auch später, 1935, zurückgegangen an diesen Ort, bis der Spanische Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Und dazwischen ist die Lehre zur Fotografin gewesen, die dann später, als sie zurückgekommen ist, auch die Gesellenprüfung und die Meisterprüfung. Also sie war sehr diesem Metier verbunden. Spannend habe ich persönlich gefunden, dass sie in den 1940er Jahren sehr bekannt war für ihre Fotoarbeiten im Theater und an der Oper, also diese Bühnenfotografien, die sie gemacht hat. Aber jetzt erzähle ich zu viel. Ich habe das Politische noch ausgespart. Vielleicht kommen wir dazu später, weil das auch noch eine spannende Seite ist. Die alte Frau auf dem Foto, wie kommt sie bei dir an? Ja, sie hat mich ganz spontan angezogen. Also ich bin wirklich hin zu diesem Foto und da ist ganz viel, das aus meiner eigenen Geschichte mich angezogen hat. Sie hat so in dieser Haltung wahrscheinlich, weil eine physiognomische, also eine Ähnlichkeit in dem Sinn mit meiner Großtante gibt es nicht. Aber sie hat mich eben erinnert an meine Großtante, die so etwas Ähnliches war wie eine Großmutter. Meine Großeltern sind alle früh gestorben, die kannte ich nicht mehr. Aber sie war unsere Nachbarin und ich war sehr viel dort als Kind. Und diese Haltung, sitzend mit der Brille am Tisch, die hat mich wohl zunächst an diese Tante erinnert. Und ich habe erst unlängst mit meiner Mutter darüber gesprochen. Sie hat immer wieder gesprochen von, und dieser Bruder ist im Einserjahr geboren, dieser Bruder ist im Nullerjahr geboren. Und mich hat das als Kind sehr irritiert, weil ich es nicht einordnen konnte. Erst später habe ich dann verstanden, also da reichen sozusagen die Wurzeln eben wirklich ins 19. Jahrhundert. Und ich war jetzt überrascht, als du mich erinnert hast daran, dass dieses Foto aus den 1930er Jahren ist. Weil ich hätte es etwas später eigentlich in meiner Erinnerung eingeordnet. Aber was mich tatsächlich über dieses Biografische hinaus, glaube ich, so angezogen hat, war so ein In-sich-Ruhen. Also diese Frau sitzt da, und was du mir jetzt erzählt hast über die Biografie dieser Mutter der Künstlerin, das bringt mich eigentlich zu diesem Thema, über das ich dann versucht habe, ein bisschen nachzudenken. Nämlich so die Frage, ist für uns jemand, der sitzt und nichts tut, also ganz offensichtlich nichts tut, wobei, da müsste man drüber diskutieren, ob jetzt Lesen ins Nichtstun fällt oder nicht. Nach einem sehr schaffensreichen, arbeitsreichen, ja, wahrscheinlich durchaus körperlich harten Arbeitsleben, also jemand, der so in sich ruht, das ist vielleicht ein Bild, das wir heute wenig kennen oder kaum mehr kennen, weil wir leben ja jetzt das sogenannte aktive Alter. Ich habe ja gefunden, dass eigentlich seit der Antike gibt es Einteilungen, wie viel Lebensalter man eben einem Menschenleben sozusagen zuordnet. Und das wechselt zwischen zwei und zehn. Und aktuell ist es so, spricht man in der Alters- oder Alternsforschung eigentlich vom dritten, vierten, fünften Lebensalter, die alle nach der Pension stattfinden. Das dritte, das sind die sogenannten jungen Alten. Das ist so die Phase, wo man sagt, na endlich, also Dinge, die man eben vielleicht in der Berufszeit, im Berufsleben aufgeschoben hat, endlich kann man die tun. Und ich habe erst, glaube ich, heute in der Früh einen Zeitungsartikel gelesen von einer ehemaligen Partei Generalsekretärin, die jetzt 80 geworden ist, die Ingrid Korosek, die immer noch nur vier Stunden schläft, sagenhaft aussieht und ein sehr, sehr aktives Leben hat. Also das ist sozusagen so unser Ideal. Und das ist ja auch toll. Und demgegenüber ist eben dieses Bild von der Mutter der Künstlerin, die da sitzt und nicht mehr aktiv ist, nicht um sieben in der Früh ins Fitnessstudio geht, sondern sitzt und liest. Also eigentlich so ein Nacharbeitsleben, das nicht mehr aktiv ist, ist für uns vielleicht fast so wie ein Skandalon. Und ich denke, das hat, natürlich bei den Frauen ist das noch einmal ein besonderes Thema, vielleicht kommen wir da später noch darauf zurück, aber ich glaube, wir verdrängen den Tod, wir verdrängen das Sterben. Und wenn jemand so sitzt, sein Leben praktisch, wie man so sagt, hinter sich hat, dann darf man auch einmal nichts tun. Und zeitgleich mit dem Bild, über das wir da beide zusammengestolpert sind, habe ich einen Fotoband gesehen aus dem Rom der 50er Jahre. Und auch da gab es dieses Bild, Frauen sitzen vor den Wohnungen, das waren ja sehr kleine Wohnungen, das waren ja die armen Viertel, in denen der Pasolini sich gerne bewegt hat. Und da sitzen die Frauen, jemand hat ihnen einen Stuhl vors Haus getragen, die Wohnungen sind winzig und die sitzt da und schaut, schaut den anderen zu. Also so ein gelassenes, ich habe meinen Teil beigetragen und ich habe aber trotzdem noch ein Recht da zu sein. Das ist ja vielleicht etwas, wo wir uns heute ein bisschen schwer tun. Diese innere Zufriedenheit in dem Bild ist etwas unglaublich Ruhiges, Beruhigendes. Also je länger man das Foto fixiert und sich darauf einlasst, umso mehr wiegt diese innere Ruhe der Frau auf einen selbst über. Was mir jetzt einfällt, wie wir gemeinsam durchgegangen sind, haben wir dann gesagt, ist das die einzige alte Frau in der Ausstellung. Wir haben dann geschaut und tatsächlich, es überwiegen die jungen Frauen, es überwiegen die gut hergerichteten, schönen Frauen, aktiven Frauen, manchmal sind es provokante Typen, aber die alte Frau kommt recht vereinzelt vor. Sie kommt immer wieder vor, aber sie kommt vereinzelt vor. Und in dieser Unmittelbarkeit, wie die Mutter dieser Künstlerin, ist sie vielleicht sehr einzigartig. So wie sie in sich ruht, auf dieses Blatt schaut, also ich hätte so das Gefühl, sie liest vielleicht eine Zeitung. Auch mich erinnert sich an eine Nachbarin, die alleine gelebt hat, die sich hauptsächlich ihrem Garten gewidmet hat, die sehr in sich ruhig war und sich niemanden mehr beweisen hat müssen, aber in ihrem Chaos und in ihrem Sein zutiefst glücklich erschienen ist, obwohl sie natürlich in Klammer auch viel gejammert hat. Aber diese Ruhe und Zufriedenheit ist sehr dominant in diesem Bild. Das andere, was noch spannend ist, ist vielleicht auch die Bekleidung, weshalb ich das Foto, ohne es zu wissen, vielleicht auch eher in die 50er Jahre datiert hätte. Aber die Bekleidung der Frau hat auch so etwas Typisches, was mich an die Kindheit erinnert. Das ist so ein Kleidungsstück, die Kleiderschürze, die ich zumindest damit assoziiere. Man sieht es ja nicht genau, aber es ist jedenfalls über einem Pullover oder einer Bluse ist etwas Bedeckendes. Und das ist ja auch etwas mit diesem Bild von Weiblichkeit oder Frauen am Land. Meine Biografie geht ja doch in der Generation vor mir aufs Land. Und da gibt es viele Verwandte und eben auch diese Großtante, von der ich anfangs sprach, kam von einem Bauernhof. Und das ist ja so ein Kleidungsstück, das man eindeutig mit Arbeit assoziiert, das man nur deshalb mit Weiblichkeit assoziiert, weil es eben Frauen anhatten. Aber es ist ja alles andere als weiblich. Das bringt ja nichts zur Geltung, es verdeckt ja alles. Es ist ja so ein Überwurf praktisch, der eben nichts herzeigt. Das ist auch ein Punkt, der natürlich mit der alten Frau was zu tun hat. Einerseits haben wir die Phase sozusagen nach dem aktiven Arbeitsleben und das Zweite ist die Phase nach dem aktiven Sexualleben. Also man gesteht ja alten Frauen keine Sexualität mehr zu und insofern passt natürlich diese Kleiderschürze ganz gut. Natürlich wissen wir inzwischen, dass das alles Mythen sind, aber eben dieses Bild der Ruhe und Ausgeglichenheit hat vielleicht auch mit dieser nachsexuellen Phase und da nochmal drauf zu bleiben zu tun, denn man muss sich auch nicht nur im Job, sondern auch da auf dieser Ebene eben nicht mehr beweisen und man hat es praktisch hinter sich. Vor allem wenn man denkt, dass diese Frauen, und du hast es ja auch erzählt, dass die Mutter der Künstlerin eben sehr viele Kinder hatte und das war ja eine Notwendigkeit. Also gerade im katholischen Bereich, der eben in der Steiermark sehr lange gültig und sehr prägend und sehr beeinflussend war, war ja Kontrazeptionsünde und man wurde ja bei der Beichte genau befragt über die Abstände der Kinder und wenn da mal nicht jedes Jahr eines kam, dann war das irgendwie schon bedenklich, weil Verhütung war einfach nicht vorgesehen, war böse praktisch. Und insofern hat dieses In-sich-Ruhen, man muss sich auch auf der Ebene sozusagen nicht mehr beweisen und man ist nach dem Wechsel eben einerseits auf der Ebene eben nicht mehr zu brauchen, aber man muss auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist ja immer ambivalent. Und um natürlich, weil wir jetzt so schwärmen, über dieses In-sich-Ruhen, und das ist ja etwas, was die alte Volkskunde auch gerne tat. Man hat ja dieses Leben am Land sehr gerne romantisiert und ich habe dir erzählt vorhin, dass ich gerade einen Disput mit meiner Mutter hatte, weil sie sich so wünschen würde, dass sie bei ihren Kindern sein kann, leben kann. Also sie hat selber so dieses Bild der Großfamilie und das ist ja etwas, was die Volkskunde gerne mittransportiert hat, das Bild von dieser heilen Welt. Und dazu möchte ich ganz gerne hinweisen auf ein Zitat, das sie bei einer der guten alten Vormütter, weil es gibt ja auch Vormütter, nicht nur Vorväter, oder eigentlich so bei einer richtigen Volkskundlerin, aber einer tollen, wo man immer gute Belege findet. Sie beschreibt da, wie ein junger Mann auf einen Hof kommt und da sitzt die Bäuerin und hält ihre Beine nicht bedeckt, eben in ein Fußbad, in ein Kamillenfußbad. Sie ist zwar ein bisschen erschreckt, dass der jetzt da kommt und schiebt die Schürze ein bisschen weiter über die Knie, aber das, was er sieht, erschreckt ihn nicht, weil das kennt er, das sind die sogenannten offenen Kindsfüß, einfach ganz dick geschwollene Krampfadern, die halt nie behandelt worden sind und die kommen einfach von den vielen Geburten und davon, dass die Frauen sehr rasch nach der Geburt wieder einfach tätig sein mussten, am Feld arbeiten mussten. Also möchte ich diese Romantisierung, die uns selber da auch ein bisschen immer vielleicht in den Sinn kommt, möchte ich das ganz gerne ein bisschen aufheben und schon auch sagen, dass es gut ist, dass wir inzwischen Krankenversicherung haben, Sozialversicherung haben, Etwas, was ja für die Bäuerinnen in Österreich erst in den 80er Jahren, wenn ich nicht ganz falsch orientiert bin, durch die Johanna Tonal eingeführt worden ist. Und das fand ich auch ganz interessant. Als Kind hat mich immer sehr irritiert, dass man am Land so gerne über das Kranksein, und das kommt aber daher, dass man, bevor die Frauen oder die Leute krankenversichert waren, über Krankheit nicht gesprochen hat, weil alt sein war krank sein. Und erst ab dem Moment, wo sich um einen gekümmert wurde, wo man zum Arzt gehen konnte, hat es Sinn gemacht, zu jammern. Also das, was wir so als das Jammern der alten Frauen kennen, das kommt eigentlich daher, dass man endlich darüber reden konnte, weil es nicht mehr normal war, dass man leiden wusste. Also das nur so als Gegenbild zu dieser schönen alten Welt, an die wir gerne denken wollen. Ja, die schöne alte Welt ist auch die Frage, wann die denn gewesen sein könnte. Weil so schön, also wenn ich jetzt die Tochter dieser dargestellten Frau, nämlich die Künstlerin, die Grete Baunowitsch, mir anschaue, dann, die als Kind ins Ausland geschickt wurde, um besser ernährt zu werden, die in der Zwischenkriegszeit sich sehr den Grazer Anarchisten angenähert hat, die dem Bund herrschaftsloser Sozialisten nahestand, die dort in ihren Diskursrunden über Gewaltfreiheit und gegenkulturelle Bewegungen diskutiert haben. Das waren so circa 500 Mitglieder und Sympathisanten und Sympathisantinnen in Graz. Da war sie in einem Kreis, der sehr gegen den Mainstream unterwegs war, könnte man sagen, neudeutsch, und wo sie auch ihren Mann, den Alois Saharastnik, kennengelernt hat, der in diesem Kreis, also ihren späteren Mann, der dort Redner war und sehr aktiv war. Sie selber war politisch, glaube ich, weniger aktiv, wenngleich ihre Haltung immer sehr klar war. Interessant ist, dass sie während des Krieges eigentlich ihre Gesellenprüfung, Gesellinnenprüfung gemacht hat, die Meisterprüfung gemacht hat in Fotografie. Also sie konnte dabei Fotopaldur ihre Existenz sichern. Sie hat auch auf der Berufsschule unterrichtet. Sie war eine sehr unabhängige, eigenständige Frau und ist aber dann durch ihr nahe Verhältnis zum Alois Saharastnik, den sie Peter genannt hat, der Gestapo aufgefallen und auch verhaftet worden. Sie ist als Spionage verdächtigt worden und des Hochverrats und ist deshalb ins KZ eingeliefert worden. Und sie war dann knapp ein Jahr im KZ und Günter Eisenhuth erzählt da im Katalog der Moderne in dunkler Zeit eine Episode, die ich in Bezug auf das, was du jetzt erzählt hast, auch sehr interessant gefunden hat. Sie hat angeblich sehr stark Wert gelegt auf Körperpflege, auf ihr Äußeres und hat Seife getauscht gegen Brotmarken, um gepflegt zu sein. Und für die Leiter des KZ war sie so ein positives Beispiel, dass diese Lager ja nicht so schrecklich seien und man könne ja ganz gut aussehen. Und deshalb hat sie als Aussagen geschickt gut herhalten können. Also dieses äußerliche Bild der Frau, das in dieser Zeit offensichtlich eine Rolle gespielt hat, findet eine andere Anekdote, die ich vielleicht noch kurz erzähle, weil es auch spannend ist. Von ihrer künstlerischen Fotografie ist ja wenig erhalten. Aber was erhalten ist, ist eine eigene Aktfotografie von ihr. Und das ist was, was vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, was auch sehr selten ist. Also wenn wir durch die Ausstellung gehen, wir sehen Aktdarstellungen von Frauen, von weiblichen Körpern, also weibliche Akte, sind relativ selten. Die, die wir sehen, zeigen einen ganz anderen Blick auf den weiblichen Körper als die, die man von männlichen Künstlern kennt, die sehr viel bekannter sind auch in der Kunstgeschichte. Also dieser Blick auf den Körper, den nackten Körper, ist durchaus differenzierter. Und vielleicht kann man so auch diesen Kreis, dieser Kleiderschürze wieder schließen, weil die Kleiderschürze ist vor allen Dingen ein, sie ist funktionell. Sie ist praktisch, sie schont die Kleidung, die man anhat, sie kaschiert den Körper, wie du beschrieben hast, aber sie hat auch die Taschen, in denen das wichtigste Werkzeug Platz findet, das sie über die Jahre natürlich immer wieder verändert hat. Das wäre jetzt die Frage, welches das wichtigste Werkzeug ist, aber das hängt natürlich wahrscheinlich gerade davon ab, welche Arbeit man tut. Aber ich habe jetzt ganz viele Assoziationen, also einerseits möchte ich noch gerne anknüpfen an das, was du erzählt hast, aus dem KZ. Ich habe vor einigen Jahren ein Buch zufällig in die Hände bekommen, das heißt, ein bisschen Lippenstift für die Würde. Da geht es so um die Frage, wie wichtig ist es den Frauen in Gefangenschaft, also es sind unterschiedliche historische Beispiele, auch aktuelle Beispiele, auch Beispiele aus den Jugoslawienkriegen. Wenn Frauen interniert oder in Lagern oder eben im KZ waren, war es für manche extrem wichtig, diesem ganzen Grauen entgegensetzen zu können, ich achte, soweit es irgendwie möglich ist, noch auf mein Äußeres. Das ist vielleicht eine gute Seite dessen, dass wir Frauen halt sehr stark über das Äußere definiert werden, weil es auch die Möglichkeit gibt eines Schutzes, eines Selbstschutzes. Also dieses aktive Umgehen mit der Äußerlichkeit, das manchmal ein Zwang ist, manchmal auch lästig ist, aber das kann auch Kraft geben. Das ist das eine, was mir einfällt. Das andere hat natürlich diese körperliche oder diese Zuschreibungen oder dieses von außen wahrgenommen werden, hat natürlich für Frauen im Alter dann andere Affekte als für Männer. Weil, also einerseits, wie gesagt, fällt es weg, das kann auch entlastend sein. Andererseits, man kennt ja zum Beispiel, das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich die Marlene Dietrich, die ab einem gewissen Verfall, wenn man das so drastisch sagen möchte, sich einfach in der Öffentlichkeit nicht mehr gezeigt hat. Eben, weil man so stark mit dieser Äußerlichkeit identifiziert ist und mit dieser sexuellen Attraktivität und mit dieser Schönheit. Und wenn das dann weg ist, weil es für Frauen so wichtig ist, immer noch wichtig ist oder vielleicht wichtiger denn je, wenn wir uns die jungen Frauen anschauen, ist es dann so schwierig im Alter. Und ich habe vielfach schon gehört, diesen Satz von Frauen, mir fällt das Altwerden nicht schwer, weil ich war ja nie schön. Ich muss jetzt an Hedy Lamarr denken, wo du das erzählst, weil die ja als Hollywoodstar vielleicht eben wie die Marlene Dietrich auch so als extremst schöne Frau des Universums gehandelt wurde und sehr profitiert hat von ihrem äußeren Erscheinungsbild in dieser glamourösen Hollywoodwelt und die als alte Frau dann nicht mehr vor die Türe gegangen ist, auch nach einer Reihe von missglückten Schönheitsoperationen, aber die auch zu keinem Interview mehr persönlich bereit war, sondern nur mehr telefonierte. Also nur als Ergänzung. Also ich glaube, es gibt vielleicht viele Beispiele, die berühmtesten haben wir vielleicht jetzt eh genannt, aber dieses Schönsein oder der Begriff von Schönheit ist ja was Relatives. Und die Frau, wie sie da sitzt, hat eine unglaubliche Schönheit, finde ich. Und obwohl sie diese Kategorien alle gar nicht erfüllen würde, die man jetzt mit Marlene Dietrich oder Hedy Lamarr verbinden würde, die so in der Generation fallen nämlich. Weil es vielleicht eine Schönheit ist, die sich nicht mehr um die anderen kümmert. Das ist vielleicht das, was das Positive am Altsein ist, dass man Dinge hinter sich gebracht hat, dass man vielleicht in einer Situation ist, wo man sich, im Gegensatz zu dem Beispiel, das ich vorhin genannt habe, eben nichts mehr beweisen muss. Und das ist so eine Sehnsucht vielleicht, weil wir halt beide so mitten noch im aktiven Sein sind, das manchmal vielleicht auch zu viel ist. Das wäre dann ein anderes Thema, wie die Arbeitsverhältnisse im Moment sind. Aber das, glaube ich, hat mich von allem am meisten angesprochen, an diesem Bild, dieses In-sich-Ruhen und diese Schönheit, wie du sagst. Und eben dieses, ich bin da und ich muss niemanden mehr etwas beweisen. Und das, glaube ich, macht diese Schönheit auch aus. Weil sie sich nicht mehr, weil sie sich stark auf sich selber beziehen kann und sich nicht mehr auf andere bezieht. Ich habe unlängst ein Gespräch mit einer Bekannten gehabt, die sagt, ich färbe mir jetzt seit zwei Jahren nicht mehr die Haare und für die Männer auf der Straße bin ich nicht mehr sichtbar. Und das ist natürlich auch ambivalent. Einerseits ist es toll entlastend, weil man muss nicht mehr gefallen. Und andererseits, wenn einem das Wichtige ist oder wenn man dieses Spiel halt gerne spielt, den Blicken, dann kann es natürlich auch frustrierend sein. Und das ist das Besondere, glaube ich, was das Altern manchmal für Frauen schwerer macht. Wenn wir jetzt uns erinnern an diese Frauen, von denen ich vorhin erzählt habe, können wir ja froh sein, dass wir ein funktionierendes Gesundheits- und Pensionssystem und so weiter also mit allen Mängeln haben und dass wir aktiv sein können bis ins hohe Alter. Die letzte Stufe dieser Kategorisierung von vorhin sind ja die Hochbetagten. Da muss man dann, das fand ich in einer Beschreibung ganz interessant, da muss man sich dann schon endlich mit dem eigenen Tod auseinandersetzen. Also ab 80 so ungefähr erst. Und das ist, was, glaube ich, nicht nur jetzt die Frauen betrifft, sondern insgesamt unsere Gesellschaft ganz gut täte, den Skandalon des Todes sozusagen ein bisschen mehr im Alltag zu haben. Also gerade wenn wir die aktuelle Pandemie uns jetzt anschauen, glaube ich, viel, nicht nur, weil wir halt nicht wissen und weil wir wenig Erfahrung haben, aber viel dieser Hysterie kommt auch daher, dass wir den Tod einfach so gern verdrängen. Und insofern finde ich es schön, Bilder von alten Frauen anzuschauen und uns einfach daran zu erinnern, das Sterben gehört zum Leben. Da könnte man jetzt, glaube ich, noch anschließen, weil so wie das Sterben wenig Platz hat, hat auch die Geburt wenig Platz oft. Und Pausen einzulegen, so wie diese Frau das gerade macht, auch Lebenspausen, sich Zeit zu geben für bestimmte Lebensphasen, das ist etwas, was einer ökonomisch orientierten Leistungsgesellschaft ja widerspricht. Und insofern ist da vielleicht auch gerade sehr viel im Umbruch, weil das ökonomische Leistungssystem ein klein wenig in sich selbst zusammenbricht, gerade in diesen Zeiten. die Mutter in der Pause, die die sitzt und einfach mal die Zeit sein lässt, die liest, die in sich ruht, die nicht fünf Schritte vorausplant, ist vielleicht auch dieses Gegenbild von dieser leistungsorientierten Frau, wie du es auch schon besprochen hast am Anfang. Also das Pause machen, sich Zeit nehmen für sich selbst, das kommt in vielen Lebenshilfeserien wieder, also da geht es dann halt um Selbstliebe, um Selbstfürsorge, das hat jetzt alles Namen und Begriffe, aber in Wahrheit steckt das alles schon in so einer Pause. Und vielleicht ist das als Schlusswort auch so als Anregung an uns selber, sich diese Pausen zu nehmen und zu gönnen und im Moment zu sein und alles andere auszublenden, vielleicht nicht die Zeitung zu lesen, sondern eine gute Geschichte. Oder einfach sitzen und aus dem Fenster schauen. Einfach nur rasten. Danke Anita Niedelhell für das spannende Gespräch. Wir hätten jetzt vielleicht auch noch über die Fotografie und die Momentaufnahme und so weiter sprechen können. Es gibt so viele Themen und das ist vielleicht auch das Tolle, dass je nachdem, wie man das Bild betrachtet, ergeben sich unterschiedliche Gespräche. Danke sehr herzlich dafür. Ich danke auch für die Einladung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.